Ich weiß, dass ich eben grad mein Part verkackt hab, ich war von meinem Weed einfach viel Tier zu bratt. Ja, ich kam nicht klar mit dem Gegner, er war kein Gegner, er war wie jeder. Ja, verdammt, ich setz dich hart, Schachmann, Junge, was ist bitte daran platt? Ich denk mir, das ist ein Hammerbauchfoto, genau so sieht deine Mama aus. Du kennst sie nicht, du hast sie nie gesehen, meine Mutter gibt sich nicht ab mit solchen Hurensöhnen. Ja, denn ich scheiß auf dich, du battelst meine Mutter, doch du sahst sie nicht. Deine Mutter gibt sich nicht ab mit Hurensöhnen, ihr größtes Hobby ist doch Hurensöhne-Kriege. Du bist der lebende Beweis, jedem in deiner Familie fehlt ein Ei. Wenigstens verdient sie Geld damit, deine Mutter lässt sich von jedem umsonst packen an den Schritt. Ja, sie steht einfach drauf, sie ist eine Frau, die sich gerne verkauft. Ja, verdammt, alles bla bla bla, für deine Mutter wird keiner einen Cent bezahlen. Sie ist eine miese Dame, verkauft ihren Arschabend an der Siemensstraße. Ich bin dein Gegner, nicht meine Mutter, deine stinkt unten wie ein Fischkutter. Ja, sie wurde so oft genommen, ich hab sie schon so oft genommen. Du sagst, du bist mein Gegner, fickst eine Mutter, das selber, was für ein Hegel. Irgendwie laberst du doch immer nur das Gleiche, deine Mutter steht jeden Abend nach Leitfell. Bist du oder ist dein Mikro kaputt, weil du die ganze Zeit beim Betteln so spuckst? Ja, ich auch, das ist mir bewusst, aber ich bin dick und krieg keine Luft. Okay, 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 okay. Du musst noch kurz da stehen bleiben, damit wir abstimmen können. So, wir machen eine kleine Abstimmung. Elf Hopp. Valentino. Geht an Valentinos. Die Pläne. Und dann würde noch dabei sein. Vielen Dank.